Vamopadhanasana ist die linke Fußkissenstellung. Vama heißt links, Uphadana heißt sowohl Kissen als auch Verehrung und spirituelle Praxis. Du liegst auf dem Rücken, du hebst das linke Bein hoch und gibst dann das linke Kniekehle hinter die Schulter und Fuß hinter den Kopf oder auch die Wade hinter den Nacken. Dann gib die Hände vom Brustkorb zusammen und das ist dann Vamopadhanasana.